Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur finalen Episode von The Walking Dead. Ich bin wieder euer E-Adventure und ja wie gerade eben schon gesagt, wir starten jetzt die letzte Episode in diesem Spiel. Da können wir jetzt gerade mal gucken. Boah, ich glaube ich habe hier mal zwei gemacht, weil ich nochmal was nachschauen wollte, weil ich war mir eigentlich zu 100.000% sicher, dass... Alter, wo bin ich hier gerade? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Dass nach jeder Episode so ein kleiner Vorspann kommt für die nächste Story, also für die nächste Episode in dem Fall. Kam aber nicht und deswegen, das hat mich beim Video, beim letzten hat mich das echt gewundert, dass da nichts kam. Und dann habe ich da nochmal das einfach kopiert, habe es nochmal neu gestartet und habe dann nochmal zurückgespult, ungemacht und getan. Es gibt aber wirklich keins, obwohl ich mir fast schon sicher bin, auf dem Handy war es so. Aber wie schon gesagt, ist egal, wir starten jetzt zur letzten Episode. Die Zeit wird knapp. Es wird auf jeden Fall eine der, ähm, emotionalsten Episode in dem Spiel, kann ich jetzt schon fast sagen. Achso, jetzt kommt nochmal ein kleiner Rückblick. Was, wenn meine Eltern kommen nach Hause und ich nicht da bin? Ich habe meine Walkie-Talkie, in case sie versuchen, das so zu tun. Hey, da waren ein paar Batterien in einer dieser Boxen. Hier, du kannst auch noch ein paar. Aber wir sind in Savannah, und meine Eltern waren in Savannah. Sie bleiben immer in der gleichen Ort, wenn sie da sind. Die Marshals? Ja, das ist es! Du bist nicht in der Stadt von der Straße gekommen, hast du? Wir müssen gehen! Ja, warum? Clementine? Clementine! Clementine ist weg. Wherever sie ist, ich muss sie finden. Wir haben eine bessere Chance für sie, wenn wir alle zusammenkommen sind. Wer ist mit mir? Wir suchen Clementine zusammen. Hell yeah! Welcher Freund würde ich sein, wenn ich nicht da für dich jetzt war? Vielleicht solltest du mit dem Boot bleiben. Okay, sicher. Clementine! Tony! Ja, das war die letzte Aktion im letzten Part. Ja gut, das haben wir ja schon so oft gelesen. Und es ist einfach nur sensationell. Also ich freue mich jetzt schon tierisch auf die nächsten Parts, die jetzt kommen. Ich werde die auch nicht mehr ganz so lange machen. Werner! 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 Die nächsten Worte, sehr vorsichtig. Sie sind verdammt tot! Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich werde dich töten! Ich weiß, du wirst. Sie wissen, du wirst. Say goodbye. Goodbye. Just hold on, Clementine. I'm coming for you. Und das werden wir auf jeden Fall und machen diesen Miss Carol fertig. We'll get her back. How's that feeling? Fine. Don't worry about it. It wasn't a full jump. No, it wasn't. We don't have much time. No fuck off. We're about to have a lot less. We'll make sure nothing gets in. You're still the smartest fucker out of all of us. Try to find another way out of here. We have to go out of here. We need to find a way out of here and that's very fast. I mean, we have no time limit. I can't remember anything at all. Hello. Ja, wie die meisten bestimmt schon gemerkt haben, die die anderen Parts verfolgt haben. Wir haben natürlich die ganzen Zombies, alter Schwede, haben wir mit der Zugaktion natürlich in die Stadt gelockt. Hm. Nimm's einfach mit. Genau. Ähm, what's this? Oh, Amputierwerkzeug. Hm, das ist natürlich... Ja, ist leer. Okay. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Weil das sieht mir so nach einer Tür aus. Ne, ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Okay. Dann probieren wir es doch mal mit dem coolen Spreitzerwerkzeug. Ja, komm, mach mal. Ich werde diese Tür öffnen in zwei Sekunden. Sensationell. Ah, ist schon krass, was so ein Spreitzer hat, der normalerweise hier zwischen den Rippen bei einer Herz-OP oder sowas gemacht wird. Wie weit der auseinander geht, alter. Oh, ich glaube, das sind die ersten Wirkungen von unserem Biss, hätte ich jetzt mal gesagt. Alter, äh, what the fuck? Ähm, hallo? Ja, und das hat die nächste Episode definitiv eingeläutet. Jetzt, äh... Jetzt weiß auch wahrscheinlich jeder, warum die Episode da ist. Ich weiß, die Zeit wird knapp, weil wir müssen jetzt dagegen ankämpfen, dass wir uns verwandeln. Das wird ziemlich geil. Äh... I'm awake. He's still bitten. So? This about trying to save him. At the very least, buy him some time. By chopping his arm off. Do we know it works? We don't know anything. We know there's gonna be a lot of blood. There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. Damn right. Let's do this. If there's a chance, it stops you from turning. We have to take it. Let's do it. In der Serie hat's auch funktioniert, also warum sowas nicht machen? Yeah. We're down here without a lot of options. Das wird wehtun. Oh shit. Ja, ähm, kann ich mir fast vorstellen. Also, die, die, äh, äh, schwache Nerven haben. Äh, wegschauen. Ich hab ja gesagt, dieser Putt wird ziemlich krass und, ähm... Also, ganz ehrlich, ich hätte mir vor, auf die Fresse hauen lassen, dass ich bewusstlos bin oder so. Also, ich weiß nicht, würdet ihr das in real life auch machen wollen? Schreibt's mir in die Comments, Alter. Ich, äh, ja. Ja, schnell wäre gut. Das wäre gut. Okay. Ja, soviel dazu. Jesus Christ. Ja, zumindest sind wir schon mal wieder... Oh, es wurde verbunden. Schön. Ja, das ist der Arm. Äh, wir werden wohl müssen, ne? Äh, wir werden wohl schon mal wiederholen. Ja, gut. Gut. Der Arm ist offen. Los geht's. Ich bringe auf die Rear. Ich will nicht auf jemanden schlafen. Oh, jeez. Der kann verdammt gut klettern. Und man kann hier während dem Klettern ein bisschen rumgucken. Das ist verdammt hoch, würde ich mal sagen. Und wie schon gesagt, der kann echt verdammt gut klettern. So mit einem Arm. Ich höre jetzt nicht, dass ich das hinkriegen würde. Äh, hallo? Kletterst du mal weiter oder so? Jesus. Also ich würde mal sagen, die Stadt ist gefüllt mit Zombies, Alter. Das ist irre. Remember when Savannah was empty? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There must be thousands of them. They didn't follow us here, did they? It sure seems like it. That's crazy. They can't track. They just roam. Is it? That fucking train wasn't exactly discreet. We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? It's taking an immense amount of willpower to not make a crack about that suggestion, coming from the one-armed man. That joke will be funnier once we know if this worked. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I, uh, don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. If you find yourself getting winded, or worse, you gotta let us know. Okay. Probably just need to go a little slower. I know we can't afford dead weight, so... Don't treat me like I am. We won't. Now what? We get down and we find a little girl out there. Right, pal? Oh yeah, Kenny. Now, let's get our bearings. Puh. Ja, auf den kann man sich halt wirklich verlassen und, ähm, wie schon gesagt. Jetzt schauen wir mal, wie wir von diesem Dach runterkommen. Das ist schon mal eine Leiter. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, würde ich mal sagen. Da kommt man zwar jetzt... Die Leiter kann man zwar jetzt benutzen, um irgendwie, äh, ne? Runter zu kommen, aber... Das hilft uns ja nix, weil die Straßen sind ja gefüllt mit diesen... Das sieht aus wie Crawford Square over there. F*** das Ort. Wir haben uns das Boot aufgebaut, doch. Wir bekommen Clementine und kommen sofort zurück. Sicher, dass sie ihre Lebensjacket hat, okay? Okay, something tells me she's not gonna want to. See anything? Nah, I'm just, uh... It's taking a minute, actually. Sorry, I know I shouldn't... What's going on? That's just... Everything. Fuck, man. You know. I do. I can't thank you enough for what you did for Duck. I don't know, how I'd be, if you hadn't. Don't dwell on it. I look at where we are. Right now. And I can't imagine Cat and Duck and all this mess. Cue. No. No, I'm sorry. We're in a f***ing hurry to get off this roof. It's... It's not the time. I'm sorry. I'm okay. The Duck and Tum is... Is a good enough, no? We know what those do. Yeah. Could be part of how we get through the streets. Yeah. Any thoughts about anything else? Nah, I'm alright. Just needed to take a second. I'll keep an eye out over here. Sorry. That looks like Crawford Square over here. Achso, das haben wir ja schon. Ja, nee. Gehen wir wieder raus. Gut. Also, er hat jetzt gerade schon auf den Glockenturm angesprochen. Da kommen wir auf jeden Fall rüber. Eventuell mit dieser Leiter. Die werden wir uns auch direkt mitnehmen. Das kann man ganz gut glauben, ne? Yeah. Damn it. Oh, shit. The Bells. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You think you should be the one to go? My leg's feeling better. Let me do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? So we're agreed then. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, los geht's und so, ne? Why the hell are we letting the one-arm guy do all the high-risk maneuvers? The one-arm guy insists. Now shut up about it. That thing looks a little rickety. Maybe keep that shit to yourself next time. Yep. Yep. Okay. Oh, fuck it. Es war ja sowas von klar. Also ich kann jetzt schon mal sagen, mit einer deutschen Leiter wäre das nicht passiert. Jetzt wird erstmal die Glocke geläutet. Nicht? They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Ähm, yeah. Äh, hä, 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 hä. Hä? What the fuck? I think I have to jump. There's no way back. Yep, we müssen los springen. It ain't that far. Oh, it's not that far. It's not that far. Just a little hop. Oh, my God. Adrenalin sammeln. Und? Danke für die Hilfe, Bros. Tja. So einfach kann's gehen. Oder mehr oder weniger. Danke. Easy job. Oh, nee. Okay, come on, please. The boat is gone. Ach, du scheiße. Ben, you are worthless. What happened to your arm? We cut it off. Ben, I could just kill you right now. I can't believe you didn't even put up a fight. Die Mission zufüllen. Scheiße, der Fluchtplan ist wohl jetzt mal krass gescheitert, würde ich sagen. Can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Chill. Do you remember we had a boat? A boat! Get over it! Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean, immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Yeah, chill out, Kenny. Oh. We can do this in the yard. Ben, I swear to God. What do we do with that boat? Get to the countryside. Dicked around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Live as safe as you can, okay? Look, I agree with you. I think out in the country is the safest place to be. But you're not dead yet. So put a pin in that, okay? Hmm. Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill. Not just you. Bandits? Hey, chill. Here's some pills. Burn it. Chill. Here's our fucking boat. This isn't my fault. I can't point to one thing that's happened that isn't somehow your fault. Lee should have left you in Crawford. Fuck you, Kenny. Whoa, Ben. No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am. And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead. No. You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse and I don't know. So give me a fucking break. Oh, Ben. I'm... Oops. Oh, shit. Here they come. In the house. It's a problem. They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Ben. Move anything you can up against the doors and windows. Got it. Omid. What is it? Front doors. Oh, no more. Weil's so schön war. Oh, shit. Geil wär's, wenn die Hand sich jetzt auf den Weg hätte. Ähm. 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 Ja, hurry. Das sagst du mir so leicht. Oh, yeah. That's nice. Take the goddamn arms off. Zack. Zack. Und. Zack. Und. Hey. Ähm. Get ready to fight. This place seems sturdy to me. I think we're fine. Ja, so viel zum Thema sicher. Oh, oh, oh. Jetzt jetzt nochmal bremst ich. Jesus. Oh my God. Ach, guck mal an, wer der ist. Und tschüss. Oh my fucking God. Oh, ne Mustang. Ja. Der ein Armige muss helfen. Ähm. Achso. Cool. Und. Wahrscheinlich nochmal. Oh my God. Everyone get to the end of the hallway. What do we do now? This will slow them down. Get to the end of the hallway. And take a fucking stand. Can't let ourselves get trapped. Let's get as many as we can. And when we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? Three. Five. Four. Two. Y'all know where to aim. Get ready. Oh shit. I'm out of the hallway. Scheiße, wo gehen wir? Es gibt keine verdammte Öffnung. Auf! Komm schon. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Und hoch mit dem Ding. Mehr oder weniger erfolgreich gemeistert. Jesus. Hier. Ich bin nicht gut mit diesen. Du hast ihn da unten gelegt. Noch ohne Munition? Das könnte besser sein. Alles okay? Lee ist noch gebeten. Schau dich. Okay. Wir gehen raus und gehen weiter. Die Kinder sind richtig. Wir müssen weiter gehen. Ich glaube, es gibt eine Chance, dass wir Clem mit diesen verdammten Thiefen kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wir gehen nicht durch dieses Fenster. Keine Lachen, keine Ruf accesses. Und 30 feet straight down. Jemand hat irgendwelche Ideen? Ich glaube, dass dieser Mann würde. Er hat ein Ressourceful Erachter über ihn. Dixon Kent III. Industrie... Ja. 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 Ich bin warm. Tolan. Bitte... 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 Ich bin okay. Ich bin woher meine Eltern. Oh nein! Was bedeutet das? Sie ist in der Hotel, wo unsere Eltern bleiben. Er hat sie nicht verabschiedet. Ja. Ja. Wir müssen zu denken, mehr als Clementine, wenn es um unsere... Ergenzies. Was bedeutet das? Wie sind wir hier raus? Das ist der Punkt. Wir wissen nicht. Okay, jetzt ist dein Leben auf das. Wie sind wir hier raus? Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Stop es. Wir können nicht panisch. Du denkst, dass das funktioniert? Ich weiß nicht. Ich hoffe so. Ich denke, wir müssen eine ältere Gespräche über was passiert, wenn Lee einen anderen Spill nimmt. Hey, wir können hier ein Larry schauen. Wer ist Larry? Es geht nicht. Er sieht gut zu mir. Leute, ich weiß nicht, was passiert, bevor Omid und ich kam. Aber wir können diese Brücke überraschieren. Lee, ich habe nichts hier. Aber wie ist das nicht ein Ding? Wir haben uns auch so gearbeitet über Clementine, dass wir vergessen, was für dich passiert ist. Ich weiß nicht. Mein Arm ist nicht das Problem. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Die 500 walkers in der Haus und keine Tür in dieser Raum sind das Problem. Ja, vielleicht im Moment. Aber wer sagt, wenn es ein Problem wird? Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Nein, ich bin ein Mensch. Wir werden das Clementine zurückbringen. Mit oder ohne dich. Denn ich habe nicht alles geöffnet, um zu sterben, weil wir sind schuldig. Dann töne mich, du scheiße. Okay? Nein, ich bin ein Mensch. Ich werde. Ich könnte ihm als mein besten Freund verprügeln. Würde ich nie tun. Der Pierre würde mich verstehen. Wenn er das Video schaut. Ich könnte ihm als mein besten Freund verprügeln. Das Wall ist nicht shit. Ist das wirklich möglich? Ja, wir können das machen. Okay. Wir arbeiten in Schiff. Omid, Krista und ich. Lee, du rest. Wir müssen schnell arbeiten. Ich bin sorry. Me, too. Ich bin sie. 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 Es wäre einfach nicht zu sein. Ja. Ich würde dich wahrscheinlich nicht zu lassen, wenn du uns nicht gesagt hast. Das wäre ein Fehler. Wenn ich dich wäre, hätte ich mich nicht schrecklich gefühlt gewesen sein. Ich war. Die F***ing Sache. Es passiert so schnell. Hast du schon fast jemanden in einer Crosswalk? Fast? Ihre License wurde gespandet. Twice. Das ist cool. Das Ding war auf mir. Ich habe es nie gesehen. Wie jemand in deinem Kopf. So weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone, too. What do you think the odds are of that? I don't know. I know everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. So when we get this guy, what do you think? We figure out who he is, why he's doing this. We can rescue Clem, but she won't be safe if this guy's not gonna stop. So, did your crew get into any shit before you met up with us? Is it possible to have survived and not gotten into some shit? And, you know, whatever happens to you... Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. You cut it off! What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. I want you guys to take her. Stop it. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two. We're not doing this right now. Krista. Listen to him. It's what I want, okay? What about him? What about him? Yeah, gotta support him. He's only a kid still. It's easy to forget that. He loses shit like that often? No, that was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. The kid killed his friend, so there's been some tension there. Really? What happened? Kenny's son got bitten during the raid by some gang that Ben was secretly helping. They used him. Kenny's wife died because of their son. Jesus. Jesus. Well, seems like it got through to Kenny. Whatever that's good for. All right. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hon. You can hop in after me. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. That, uh, feeling any better? Still feels pretty recently, Chop. So now Kenny feels about as, uh, good as you'd expect. I mean, do you think it worked? Did it, did it help at all? I feel like a man who got bitten. So, take that for what it's worth. I still can't believe he went and got chomped. Just, fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've. How are you? I'm, uh, I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. Well, as much as anyone. It'll be alright, kid. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it for both of you. A lot of us have lost families. Maybe take it easy on him from here on out. I'm angry as hell. Not at him. Maybe. Maybe not. You hurt him outside. I did. I never really thought about it that way. This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. The aforementioned Larry fella? See, Lee and I got trapped in a fucking meat locker with him. He had a heart attack. So, there's this guy who, I should say, was built like a brick shithouse. We're terrified he's gonna come back and eat all of us. What did you do? We were resourceful. Larry didn't make it out. No, he did not. We did, though. It's all water under the bridge. All we can do is move forward. Well, cheers. Cheers. Fuckin' yeah. He was too dangerous, I would say. I'm through. No walkers. Things are looking up. Everyone keep a goddamn eye out. This place seems pretty sealed off. Well... Hm. Die Frage ist jetzt, haben sie das Kind oben eingesperrt und haben sich dann erschossen? Oder haben sie es vorher getan und das Kind war völlig auf sich allein gestellt? Das ist jetzt natürlich die Frage, die mich schon beschäftigt, seit ich das Spiel erst mal gespielt habe. Also... Smart. I think all the people we've seen go. They got to do it their own way. Together. Don't you say that. You stick it out as long as you can. You do whatever you have to. I could have done more. You did everything you could. No, Lee. I could have been a better husband. Better father. Could have been a better friend. So let's figure out a way out of here. Get that little girl. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. Tja, wir haben jetzt schon wieder fast 40 Minuten erreicht. Alter Schwede. Also, ich hoffe es hat euch gefallen an dieser Stelle. Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, ähm... Ja, natürlich wie es euch gefallen hat, unter anderem auch. Hättet ihr euch den Arm selber abgeschnitten? Oder hättet ihr andere dazu, äh... Hättet ihr andere drum gebeten, es zu tun? Wie werdet ihr mit der Situation umgegangen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. In diesem Sinne, ich bin euer Avenger und wir sehen uns beim nächsten Part, The Walking Dead. In diesem Sinne, schönen Abend, guten Tag, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem ihr ein neues Video reingezogen habt. Wir sehen uns beim nächsten Avenger Talk oder beim nächsten Part. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.